Miete oder Eigentum? Miete. Warum Miete? Ja, wir kommen, also meine Frau und ich, beide aus Freiburg, aus dem selben Dorf. Aus dem selben Dorf? Aus dem selben Dorf, genau. Und deshalb wollen wir auf jeden Fall auch wieder zurück nach Freiburg, nach der Karriere. Dementsprechend war das jetzt für uns eher so, dass wir jetzt nicht so viel kaufen wollen.